Oha! Nicht dieser Kack... Ah, Mann ey, das ist schwer als Nurse, finde ich. Weil sie sich wieder durch manche Autos und so nicht durchporten kann, weil sie sich wieder zu fein dafür ist. Sieht ganz so aus. Als hätten wir unser erstes Opfer schon gefunden, Leute. Oh, shit. Ich hab's verkackt, oder? Hat aber keiner mehr gewettet. Nice. Äh, ich hab, ähm... Ja, ich hab mich verklickt. Ich hab aus Versehen den Vote geschlossen, aber ich wollte die Wette schließen. Und jetzt hab ich den Typen verloren. Scheiße, hat jemand aufgepasst? Wie konnte der so weit kommen in der Zeit? Mit Sicherheit, auf 30 Kilometer Entfernung wirst du mich blenden, ja. Genau so sieht's nämlich aus. Hier geblieben. Die andere hab ich auch gesehen dahinter. Ja, genau. Ja, genau. Genau die. Ach komm, bitte heilt die sich nicht fertig in der Zeit. Okay, dem Einwort geholfen. Okay. Okay, dem Einwort geholfen. Liegenbleiben. Oh, was? So. Du kommst direkt hier ran und der andere kommt hinten wieder ran. Oder ist hier hinten der Pornokeller eigentlich? Oh, bleib da mal liegen. Okay, die anderen heilen sich. Nee, der Pornokeller ist ganz hinten. Dann kommst du da ran. Dann kommst du da ran. Ah, gut zu wissen. Und da liegt der Nächste. Wow. Das ist echt ne schöne Runde mit der Krankenschwester. Flocke wäre stolz auf uns, wenn sie das sehen würde. Muss ich wohl rausschneiden und morgen als Highlight hochladen, damit sie's sehen kann. So, der dritte hängt. Ach, dem einen wurde gerade wieder abgeholfen, wollte ich gerade sagen. Der andere wurde abgehangen. So, wo haben wir denn? Ach so, die haben sich geheilt. Und da ist er aufgehört zu rennen, Jake. Nö, hat er nicht. Okay, der erste ist tot. Ich schnapp mal bei denen, der jetzt hier abgehangen wurde. Ich schnapp mal bei denen, der jetzt hier abgehangen wurde. Oh Gott, das war aber Lack. Das war echt Lack gerade, ne? Ach, du willst an den Haken? Okay. Können wir machen. Da ist sie extra genau in den Haken gerannt. Ja, okay, komm. Warum nicht? Dann chill hier mal ein bisschen, Kibbeling. Obwohl du bist tot, oder? Oh, Kibbeling. Was da passiert? Sie haben genug Generatoren, deswegen... Okay, würde ich fast sagen, lassen wir den einen da liegen. Dem können sie jetzt mal wieder aufhelfen. Der müsste hier noch irgendwo rumchillen. Ich will halt nicht, dass er jetzt schon die Luke kriegt, weißte. Nicht, dass er euch wundert, was ich hier mache. Ah ja, okay. Nice. Wurde geholfen. Wow! Er rennt hier lang. Möchte ihn halt kriegen. Vielleicht kriege ich ihn aber nur, wenn ich sie wieder umklatsch. Vielleicht kriege ich ihn aber nur, wenn ich sie wieder umklatsch. Wo bist du, Jake? Okay, wieder da oben. Okay, ich werde jetzt versuchen, ihm noch einen mitzugeben. Sehr schön. Das könnte es jetzt gewesen sein. Warte. Warte. Oh, herrlich, ey. Fleischkotze. Moin, grüß dich. Okay. Äh. Da wäre übrigens die Luke. Der andere ist übrigens Geragequitted auch. So, bitteschön. Hey, nice. Ah, schade, das geht nicht mehr. Ja, war doch eine gute Runde mit der Nurse, oder? Mal so für zwischendurch. Zwei Generatoren haben die geschafft. Wir haben alle Leute geschnetzelt. Da sagt noch mal einer, dass wir es mit der Nurse nicht mehr drauf haben, ey. Lügen, Lord. Niemand ist entkommen. Vorhin auch schon mit Michael eine perfekte Runde gehabt. Außer Jäger, schade. Super Matchmaking. War das wieder Rang 20er, oder was? Oh Gott. 44K haben wir jetzt schon wieder. 20, 20, 14, 18. Das ist echt unfair. Das ist echt unfair. .